Ich bin bei dir, Tierfuß. Ich bin ja bei dir, mein Schatz. Gleich springst du deine Kette gleich. So ist's besser. So mach's. Ich will weg von der Straße. Ich möchte mal wieder in einem Hotelbett schlafen. Ich bin ein Star, Konrad. Ich wurde in Stuttgart umjubelt. Du fragst dich nur, wieso du es aufgegeben hast. Achtung Autofahrer, auf der A2 zwischen Burg und Cäsar in Richtung Berlin befinden sich Gegenstände auf der Fahrbahn. Zu spät. Alle totgucken. Was hat das zu bedeuten? Schmeiß sie weg. Die Kalt hat sich gewusst. Wir müssen sie begraben. Hörst du dich? So. Zahn müssen. Machen. Bis zum Horizont. Hau! 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 Und weiter geht's, Herrschaften, mit einer sensationellen Szene. Willst du wirklich weiterspielen? Was das solltest? Wir können doch nichts aufgerissen. Vor drei Leuten bist du wahnsinnig. Da kommen noch zwei. Was? Da aus dem Wald. Ja. 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 Ich bin mir noch. Ich bin mir noch. Ich bin mir noch. Das solltest du. Ich bin mir noch.